Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Katharina Jakob, 64, kann endlich aufatmen. Die Schauspielerin ging Anfang des Jahres mit einer schockierenden Nachricht an die Öffentlichkeit. Bei der Bulle von Tölz, Darstellerin, wurden fünf Knoten in ihrer Brust entdeckt. Nach der Diagnose wurden die Tumore bei einer Op entfernt. Anschließend unterzog sich der TV-Star einer Chemotherapie. Jetzt hat die gebürtige Münchnerin tolle Neuigkeiten zu verkünden, denn sie ist krebsfrei. Gegenüber Bild teilte die 64-Jährige ihre Freude, ich danke meinem Körper. Es war Schwerstarbeit für ihn. Er hat das super weggesteckt. In den vergangenen Monaten habe Katharina eine harte Zeit durchlebt, während der ganzen Behandlungen traten bei ihr diverse Nebenwirkungen auf. Wenn ihr euch die Europäische und Deutschland interessiert, dann schreibt uns auf die Kanal und schreibt uns auf die Behandlung. Und dann schreibt uns auf die Video und schreibt uns mit eurem Freunde und Familie. Danke sehr für die Video, danke.